Und wenn man sagt, wir brauchen einige Plätze hier. 102 und 70 bis. Und die Palmen links hier heißen Flasche Palmen. Und die Palmen hier links heißen Caicheo Palmen. Schuss, das gibt eine große Kanalisierung. Ein Blick noch ein paar Sachen, die es da. Und die Chancelsch termine. Spannende Für ein Blumen, für ein Blumen, in Mexiko. Für ein Blumen, für ein Blumen, für ein Blumen, für ein Blumen. Ich kann nicht kochen mit diesen. Das ist nur Dekoration. Ein paar Wochen, bevor wir hatten, wir hatten gesehen viele Raupen. Hatten gefressen die Blätter. Diese sind nur... Goja. Das Lichtschirm ist ein bisschen dafür. Okay, vergessen Sie nicht, es gibt Stufen hier, vorsichtig. Okay, wir schlagen hier, wir reingehen in die alte Stadt. Immer zusammen bitte, immer zusammen. Es gibt vier Sorte-Mangos in den Dominikanischen Republikan. Heute ist ein Teil für den EU. Segen Sie hier, sicherstellen.com und auch Salmstein. Ich bin ein Mann aus Puerto Rico, Insel. Ich bin ein Mann aus. 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 Oben ist Christoph Kolumbus, der Entdecker der Insel, am 5. Dezember 1492. Und unten ist eine Königin, eine Indianerin mit dem Namen Anacaona. Anacaona. Ich habe Ihnen so gesagt, in Jena sind sie gekommen aus Amazonas, von Südamerika. Christoph Kolumbus. Wir haben die erste alte Stadt gebaut, nahe Osamafluss. Andere Seite. Ein Wälder. Ich heiy, die Haaren. Aber ich wurde das sorym. Ein Wälder. Ich bin richtig. Vielen Dank.